Achtung, bissig! Mit Scotch-Brite Rapid Cut kombiniert 3M zwei der fortschrittlichsten Schleifmittel-Technologien. Erleben Sie mit der Scotch-Brite Faser-Fleece-Technologie und dem patentierten 3M-Keramik-Präzisionskorn, bekannt von Cubitron 2, das beste aus zwei Welten. Rapid Cut vereint schnellste Schnittleistung, einfachste Handhabung, lange Lebensdauer, einen kühlen Schliff und ein gleichmäßiges Oberflächenfinish erstmals in einem Produkt. Im Härtetest vergleichen wir eine gängige Kehlnahtbearbeitung auf Edelstahl. Ausgestattet mit dem Präzisionsschleifkorn erledigt Scotch-Brite Rapid Cut den Materialabtrag auf der Schweißnaht im Handumdrehen. Gleichzeitig profitieren Sie in einem Arbeitsschritt von der gewohnten Scotch-Brite Non-Woven-Finish-Qualität und angenehmster Werkzeugführung. Mit Scotch-Brite Rapid Cut sind Sie in der Lage, Ihren Anwendungsprozess zu verkürzen. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Mit Rapid Cut erzielen Sie Ihr Arbeitsergebnis meist in nur einem Schritt. Rapid Cut ist in einer Vielzahl von Varianten verfügbar. Zum leichten Abtragsschleifen von Kehlnähten und Flächen oder für schwere Entgratungsarbeiten auf stationären und handgeführten Maschinen. Überzeugen Sie sich selbst. Scotch-Brite Rapid Cut – jetzt bei Ihrem Fachhändler. Scotch-Brite – eine Technologie, unzählige Möglichkeiten. Das ist mit der heutige an Влад Goethe. Das ist eineat vice- Patricia Tank. Ich bin ein